Zunächst herrschte ein trügerischer Frieden auf dem Planeten. Bis zum... ...Kartier. Dann wurde ihr tapferer Widerstand... ...gebrochen. Nach Milliarden von Toten entzogen sich die Menschen der Feindherrschaft. Indem sie ihre Zivilisation zerstörten. Nun mündet der lange Kampf gegen jede Wahrscheinlichkeit in ein letztes, verzweifeltes Aufbegehren. Die Zivilisation zerstörten. Die Zivilisation zerstörten. Die Zivilisation zerstörten. Die Zivilisation zerstörten. Die Zivilisation zerstörten sich von einer K Jetzt bin ich sauer! Droh ja!